Misono UX 10 japanisches Messer, Klingenlänge 15 cm, Preis 137 Euro. Als ich dieses Messer in den Händen hielt, bekam mich plötzlich eine sonderbare Macht. Außerdem hatte ich plötzlich blonde Haare und konnte nur noch eins schreien. Bei der Macht von Grayscout! Soweit so gut, zwei Sterne Abzug allerdings, weil meine Katze dadurch viel größer wurde und das Katzenklo für die dicken Drummel nicht mehr ausreicht. Allerdings kann ich nun auf ihr zur Arbeit reiten. Dieses Messer hat mir und meiner Familie schon oftmals das Leben gerettet, da es blau aufleuchtet, wenn Orks in der Nähe sind. Helft mir! Ich habe mit dem Messer ein schwarzes Loch in die Zeit geschnitten und stecke seitdem in einer anderen Dimension fest. Es ist dunkel hier, kalt, und ich bin alleine. Doch das wäre alles erträglich. Das Schlimmste ist, ich habe mein Messer nicht. Auch lustige Produktbewertungen gefunden. Schreib einfach an almanreviewset unter derbrücke.de Danke für Abos, Likes und Mitgliedschaften zum Support.